Herzlich Willkommen in unserem Paradies! Ja, wir kennen uns, die Beate, kennen wir schon fast 30 Jahre. Und den Thomas? Thomas kennst du, über 50 Jahre und ich kenn ihn heute 43 Jahre. Wie ich meine Frau geheiratet hab, hab ich den mitheiraten müssen. Das Musterhaus hat uns so gut gefallen und dann sind wir nach Hause, haben uns beraten und gesagt, neue Küche, nur in einem neuen Haus. Und nachdem das Grundstück ja sehr groß war und wir ja im Alter nicht mehr so viel arbeiten wollen, war die Überlegung, einen Teil des Grundstücks zu verkaufen. Aber dann haben wir gedacht, nee, vielleicht gar nicht so gut, weiß man nicht, welche Nachbarn wir bekommen. Die Frau Schnall wollte nur mit uns bauen und so haben wir uns entschlossen, ein neues Haus, wir hatten schon eins in Zeitlern, das war aber für uns nicht mehr altersgerecht. Und wir wollten ein pflegeleichtes Heim haben. Wir sind so zufrieden, wir denken jeden Tag, wir sind in Urlaub. Ja, das muss ich nur beipflichten. Das stimmt. Das war für uns bei der Planung wichtig. Wir haben uns das Musterhaus angesehen und das hat uns sehr gut gefallen und wir wollten nur, dass man auf unsere Wünsche mit eingeht. Also noch eine individuelle Planung zusätzlich möglich war und das hat ohne Probleme wirklich alles geklappt. Ja, weil wir hatten ja doch sehr viele eigene Wünsche noch. Das war also erstens ein Massivbau, wir wollten keine Ständerwände und kein Holzhaus, sondern wir wollten Massivhaus, dass wenn ich einmal einen Nagel reinhauen will in die Wand, dann konnte ich den Nagel da rein treffen und nicht in die Riehgipswand treffen. Und das war eigentlich mit ein Grund und ja auch die ökologische Seite und die Häuser sind halt so weit in dieser Bauweise, dass man weiß, dass das auch energieeffizient ist. Also die Stromkosten sind extrem niedrig, ja. Also wir sind jetzt zweimal total überrascht gewesen, was wir an Energiekosten haben gegenüber vorhin. Ja, also wir empfehlen die Firma Hüppel Wagenbau. Dahingehend, unser Haus ist der Beweis, dass die Firma sehr gute Qualität herstellt. Aus diesem Grund würden wir sie nochmal, was wir zwar nicht mehr vorhaben, aber wir würden nochmal mit der Firma Hüppel und Wagenbau. Wir können Hüppel Wagenbau empfehlen als sehr kompetente Partner. Zuverlässig. Zuverlässig. Hilfsbereit. Immer ansprechbar. Wo ich am meisten überrascht war, also ich kenne sehr viele Baufirmen, das war dieser Lagerplatz in Traitsching. Da kann man vom Boden essen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja. Du bist ja. Ja. Du bist ja nichts los.